Herzlich willkommen zum Let's Play Skills Specialist 2 diesmal mit den modus buchen und zerstören das ist mein scheiß mal bomben legen ja okay gerade drinnen und die einsamen bomben legen ist okay kann ich mich mit abgeben dann kommt mir eben gucken was ihnen so abgeht hoffentlich ist doch gut ja okay 24 so ein modus ok du kleiner nur er kauft sich erstmal waffen mit echt geld aber kann nix das ist immer noch beste so gut kann man noch nicht sein spaß ich glaube schon dass du so gut ist wenn man da eben auch gekauft ist so da ist ein Affe so 10 nehmen noch genug genug ist das ok aber nochmal multiple gemacht warum nicht wir können es halt so und da fahren wir erst mal rumkämpft marschloch spaß für die selber und die ist recht nice wollen wir sagen dass sie richtig schlecht ist aber ok wochen kämpft die ganze zeit nur und statt sie zu töten es geht auch mehr kommen wird sterben wetten kommt schon kommt schon er braucht sich an zu visieren das war schlecht die 90 90 die die scheiße aus die katze braucht sich anzugucken ja junge sprinter doch und töte alle mit der p90 zu spät ja von hinten man was hat der für schlechte taktische reflexe man begebe ich mich hier mit idioten nee das ist nicht mehr deren ernst bin hier reingekommen weil in 8 3 1 8 1 da jetzt führen hier schon bald wird hier bestimmt jemand wieder aus meinem team eine mp renate kann nicht mehr kann ok 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 jetzt so tut man kann man nur mit einer snipe an so ein modus rein darf man nun team deathmatch oder ein hardcore ja quickscope marschlauch bringt nix statt dass er den tod schießt junger ist sehr schlecht die blick palkonen 13 von bauer echt schlechter typ anstatt dass er zu Todesneid macht doch einfach mal doch keine er jetzt kommen schon mal ein notgobling doch nix so beschissen quickscope nämlich besser quickscope 11 12 und ist so gut als ob man weil ich jetzt gestorben werden wir wahrscheinlich wieder verlieren warum geht an dem vorbei was für ein dummes kind ist das besser denn noch nein es ist der quickscope oder wieder nein so ein schlechtes team hätte man doch erwischt ja okay nice der typ hat eine sniper und ein sturmgewehr das ist das mit dem opa gerade die an muss das mal nicht wirklich mal also in dem modus ist ja von einer seite man ist doch noch einmal zu gewinnen die noch fünf und langsam glaube ich dass man jetzt verlieren wird langsam glaube ich das war schon mal richtig nice so ein nächster tod jetzt 30 den scheiß jetzt weiß ich den scheiß jetzt mache ich den scheiß ich weiß ja wenig für die gegner sind weil ich taktische reflexer und scheiß habe dass ich ein bullshit leiten kann darum und ich hatte den letzten kill nice nice so ist jetzt mal schön tot ja meine karte ist doch recht gut recht recht gut